Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich ein What's in my Phone Take machen. Äh, ja. Und zwar, das ist mein Handy. Das ist Samsung Galaxy A3. Und ja, hier ist erstmal so eine richtig frülle. Mit Glitzer auf jeden Fall. Ich mag das richtig. Und jetzt sieht es auch nicht von vorne aus. Ich habe hier auch so eine Panzer-Felder. Und hier auch da. Und wenn ich es anlasse, dann kommt es hier erstmal so. Und ich muss mein Passwörts schreiben. So, ich habe mein Passwort hier angeschrieben. Und dann, ähm, dann ist hier einmal, ähm, WhatsApp. Ich glaube, das kennt jeder. Dann ist hier einmal Dropbox. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Dann habe ich hier eine eigene App gemacht. Da steht, diese Apps benutze ich fast nie. Und zwar sind es einmal Memo, Nachrichten, Playbücher, Playfilme und Serien, Playkios, Musik, Playmusik, Playspiele, Radio, S-Voice, S-Planer, Smartmanager. Also die benutze ich eigentlich nie. Okay, dann sind hier einmal die Nachrichten. Hier ist dann die YouTube. Wie jeder hat auf seinem Weg. Und, ja, hier ist mein Kanal. Und, ja, hier ist die YouTube. Dann ist ja immer Google. Und, ja, hier ist die Google jetzt zum Beispiel. Also ganz normal Google halt. Dann habe ich einmal Kontakte. Dann habe ich Kamera. Playstore ist eigentlich auch ganz normal. Wie jeder kennt. Und, ja, und dann habe ich einmal Apps, die ich fast nie benutze. Das ist auch nochmal eine eigene App. Und zwar benutze ich fast nie. Strom, Gmail, Google Plus, Maps, Playmusik. Oh, Leute, wartet kurz. Playmusik, ähm, Maps, Playmusik, Playfilm und Serien, Playbücher. Also das ist eigentlich das Gleiche wie vorher. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann kommt hier nochmal eine ganz andere Seite. Dann ist hier einmal Musical.ly. Das ist halt so eine App, da kann man halt, ähm, Videos machen. Und dann kommt da halt Musik. Also diese meine ich jetzt hier. Diese rote, dieses rote Zeichen hier. Die meine ich, also, wenn da, da kommt halt Musik. Da kann man sich selber so Musik aussuchen und dann, ähm, ja, etwas damit machen. Und dann ist hier einmal wieder Musik und so. Das ist das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Radio, Rechner. Und dann habe ich wieder Strom, Diktiergerät, Dropbox, E-Mail, eigene Dateien, Einstellungen, Flipboard, Fotos, Galaxy Apps, Galerie, Gmail, Google und die anderen habe ich euch ja schon gezeigt. Und, ja, und ja, das war auch meine What's on my Phone Tag. Ich habe eigentlich keine Spiele, äh, weil ich habe keinen Speicherplatz. Und, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Und, wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr auch, könnt ihr mich auch abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.